UNTERTITELUNG We can use a little bit of the way of him to drive into that. Also, it's a good exercise, both physically and mentally. Good. 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 That's a good exercise for yourself. Let's go. Yeah. Good. 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 Ja! Gut so! Gut so! Das ist richtig! Das ist das so, dass du die Position da bist. Ich würde immer noch sagen, das ist ein Argument um die Vigilance zu halten. Aber es ist viel besser wenn du mit einem Dumpen das nicht wirklich aggressiv ist. Das hat ein guter Fokus. Okay. Ja? Das sind die Vigilance von First Person Views. Gut so spiky. Okay. Have a nice day. And please subscribe if you like these videos. Bye bye.